und jetzt hier eine weitere frage die immer wieder aufkommt ist sag mal wie komponierst du denn eigentlich wie passiert das wie kommt diese musik zu dir und das ist tatsächlich ein bisschen speziell also ich bin keine vielschreiberin das ist nicht so dass ich mich täglich ans klavier setzte und sage so jetzt muss ich wieder einen neuen song schreiben sondern manchmal liegen wochen und monate dazwischen und dann denke ich manchmal schon ja vielleicht kommt nichts mehr vielleicht ist das jetzt einfach vorbei zwar nur eine phase und plötzlich von einem moment auf den anderen bei einem spaziergang im wald oder in der stille und manchmal auch nachts im bett habe ich plötzlich eine idee eine kleine melodie schwirrt in meinem kopf herum ja und dann gehe ich ans klavier und fang an rumzuprobieren und manchmal dauert es keine stunde und ein song ist fertig fertig heißt dann er hat seine form gefunden aber bis ich ihn wirklich verinnerlicht habe und aus ganzem herzen spielen kann dauert es manchmal dann noch wochen und monate wird dann noch mal wieder Vielen Dank.